manchmal im rausch geschrieben am 16 januar 1981 für den roman der furz war geboren nun galt es zu stinken von wilfried liebe damals noch esspunkt manchmal im rausch in welchem rauch am fenster stehend es mit röte in augen und gedanken gegenüber nebel graue gardinen intimität unter verschluss es müsste seine haare waschen eintauchen in das bild das seine mutter abfragt natürlich wird es ängste geben natürlich wird er die vier ecken abzählen wie einen kinderreim kein wind um diese morgenstunde kein profit jetzt wo sich ein horizont abzeichnet könnte es es sind ja nur schlutfeger auf seinen straßen es sind keine ameisen im schuldturm brüder wie geht's alte weine haben das sagen an dich abgetreten die farben im kopf wie zum beispiel wenn bruder jott umdenkt rot ist jesus christus die nacht noch nicht zu ende genachtet stirbt in ihm wie geweiht unter blitzen es sich erregend gleicht nun einem volksaufstand er will nicht mehr beten w w w w w w w w Vielen Dank.